ARD Text im Auftrag von Funk Er ist grummelig, weil er nicht weiß, wie klug du bist Oh, krumm und schief, was für eine Schande Ich hab eine bessere Art, einen Leuchtturm anzumalen Ich zeig's dir Ach ja, Neffe, aber so geht's viel besser Also ich bin ja kein Einstein, aber die Idee ist, den Leuchtturm anzumalen und nicht dich, Donald Oh, das muss man ja so schlafen Waschen? Nicht, Donald, bitte Das geht nicht, die Maschine ist überfüllt Ich weiß, wie man so viele Sachen im Handumdrehen wäscht Ich muss auch nie mal waschen wäscht Siehst du, die Maschine wäschen Arbeit Oh, das hat sicher wehgetan Aber so kann man auch noch super den Boden wischen Hey, Neffe, wo willst du denn hin? Zurück ist der Wasch Und als Baby Donald merkte, dass sein Lieblingspüppchen weg war Und bekam er seinen ersten Wutanfall Ist das zu fast Also, das hätte ich liebend gern gesehen Kannst du, ich hab Fotos Ach, komm schon, Donald Oh Mann, zeig doch mal her Wir werden auch nicht lachen Also nicht zu doll Oh, süßer kleiner Kerl Oh, ho, 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 ho Ich weiß, sehr lustig Aber ich muss zu dollen, ich weiß, sehr lustig Halt, hey, zu meiner, ist schlecht vorzuholen Hey, Neffe, was stimmt nicht mit deinem kleinen Flitzer? Ich muss hier neuerweren So macht man das aber nicht, Jungchen Glaub mir, es ist viel leichter, wenn das Auto oben ist Weißt du? Ah, äh, oh, oh Oh! Oh! Hau, runter! Hau, runter! Hau, runter! Hau, runter! Hau, runter! Hau! Ups! Oh-oh. Oh! Oh, ich glaube, Minnie muss sich umziehen. Flitzerhack! Oh, Donnerwetter. Ah! Pass auf! Ich hab schon anderen Blechbüchsen als du es bist gegenübergestanden. Ach, Schwerzotus! Neffe, das war krass. Los, das machen wir nochmal. Ist schon wieder Mittagspause?